Ja, hier fertig ist das so. Ein bisschen abmutschen, zack. Nein, 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 nein. Das habe ich eben gerade gesagt. Vorsicht, Männer. Guck hier. Roland! Na, schön da, du! Weißt du, was das jetzt kommt? Weil die glotzen. Die Autofahrer glotzen hier, wie die hier arbeiten. Man wartet schon drauf, dass man nach Hause kann. Wer hat denn hier gefegt, welches Arschloch? Ist das ja der Anfang? Ja, sag einfach mal so. Geh mal zwölf Meter, dann machst du mal einen Strich hin. Aber das ist ja die Schräge. Von hier gehst du denn 50 Zentimeter. Heute ist kein guter Tag. Jörg Leschnikowski ist sauer. Er ist Chef der Baustelle auf der A2 zwischen Hannover und Lehrte. Noch heute muss am Randstreifen gebaut werden. Gut, 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 gut. Wir zeichnen hier die Nothaltebucht an. Und Olli Master, dass er weiß, wie er hier einzubauen hat. Die Nothaltebucht ist, wo die Autos nachher parken, weil das hier ja vierspurig ist. Und deswegen, das ist so ein bisschen schräg und das muss ja auch genau passen. Und deswegen machen wir das. Sonst bot er mir die volle Breite ein. Dann habe ich zu viele Verluste. Pass auf, du machst jetzt 50 Zentimeter mehr. 50 mehr. Ganz einfach, pass auf. Ja, hier ist null. Die kommt die erste schon oder nicht? Nein! Nein, 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 nein. Was habe ich eben gerade gesagt? 50 mehr. 50 mehr. Ja, hier will ich jetzt in der Letztie die erste Pinne hin. Raue Worte am Rande der Piste. Nicht nur, weil es so laut ist direkt an der A2. Bloß auf so einer Baustelle kannst du auch nicht. Du hast diese Zeit einfach nicht mehr geduldig zu sein. Weil du bist von einer Ecke hättest du gleich zur nächsten Ecke. Und überall kommen irgendwelche Fragen auf. Dann erklärst du ihm das einmal, zweimal. Beim dritten Mal sollte er es damit nicht geschnallt haben. Und wenn er das nicht geschnallt hat, dann muss er ein bisschen lauter werden. Das ist dann halt mal so. Aber Geduld, ja. Relativ, relativ, sag ich mal. Relativ. Wenn man ehrlich ist. Ehrlich gesagt nicht so. Die gesamte Baustelle zieht sich über acht Kilometer. Gleichzeitig wird an mehreren Stellen gearbeitet. Verkehrsnarfe ist für den ganzen Lauten. Alle Autofahrer bitte vorsichtig fahren. A1 Hamburg Richtung Bremen. Einige Kilometer Stopp in Gowin Bauarbeiten. A2 Hannover Richtung Berlin. Zwischen Kreuz Hannover Buchholz. Und Leerte vier Kilometer Stau Bauarbeiten. Das ist bei uns. A7 Flensburg Richtung Hannover. Zwischen Hamburg-Städlingen und Heimfeld. Keine Chance. Hilft nix. Müssen Sie durch, ne? Vier Kilometer Stau. Jörg ist auf dem Weg zum nächsten Bauabschnitt Richtung Leerte und landet wie immer im Stau. Er selbst hat keine Angst zu spät zu kommen. Seine Sorgen sind viel größer. Ich muss ja meine Materialien auch zur Baustelle kriegen, also auch zur Autobahn. Und die müssen auch freien Verkehr haben. Genau wie die Autofahrer, die hier fahren wollen, nach Hause wollen oder wo auch immer hin. Das ist für alle das gleiche Problem. Bei uns hängt da ja viel mehr dran. Wenn du jetzt Asphalt einbauen kannst, schmeiß mal so eine Tonne LKW-Asphalt weg. Ein paar tausend Euro weg. Die A2 wird von sechs auf acht Spuren erweitert. Es ist ein Riesenbauprojekt auf einer der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands. Seit Jahren ist die Strecke überlastet, doch schon bald soll hier der Verkehr besser als vorher fließen. Es ist kein Stau, es ist kein Unfall, es ist normal. Weißt du, wodurch das jetzt kommt? Weil die glotzen. Die Autofahrer glotzen hier, wie die hier arbeiten. Nee, ohne Scheiß. Die Bauarbeiten laufen jetzt seit sechs Monaten und alles soll bis zum Beginn der Sommerferien fertig sein. Das wird knapp. Nur Jörg darf mit seinem Auto im abgesperrten Bereich fahren. Alle anderen quälen sich weiter durch den Stau. Um die ganze Baustelle zu kontrollieren, ist der Polier den halben Tag auf der Piste. Bei Baustellenkilometer drei arbeitet Asphaltierer René Neubauer. Kollege, das machen wir aber noch sauber, ne? Das machen wir nachher noch sauber, ja. Und davor bitte auch noch einmal sauber machen. Wir fahren auf dem alten von gestern wieder zurück. Ja, wenn wir oben sind, abbauen alles, links und rechts. Morgen früh Decke. Morgen früh Decke. Renés tonnenschwere Maschine bringt den neuen Asphalt auf die Piste. Es ist ein heißer Job. Der Asphalt hat 125 Grad. René Neubauer und Kollege Bastian Schwede haben die größte Maschine auf der Baustelle. Die Männer von der Asphaltkolonne reden nur per Funk miteinander. Äh, Basti? Ja? Wir legen los. Wollen losfahren oder was? Wir wollen jetzt losfahren, ja. Den hochfahren, den fahr los und dann fahren wir auch los. Dreieinhalb Meter schafft die Maschine in der Minute. Heute wird der Hauptfahrstreifen Richtung Berlin eingebaut. Der alte Asphalt wurde bereits rausgerissen. Jetzt kommt frischer Asphalt drauf. Was ist denn jetzt los? Das ist ja irrtig. Ich glaube, ich habe hier trotzdem nicht mehr rüber. Irgendwie spinnt meine Maschine jetzt. Nichts geht. Die Maschine reagiert nicht auf die Steuerung. Jeder Zwangsstopp bringt die Arbeiten in Verzug. Sebastian? Ja? Komm mal her, wir haben hier ein Problem. Wir müssen mal gucken, der lenkt nie mehr. Das schlägt immer so. Offenbar hat die Lenkung etwas abbekommen. Heißer Asphalt und Dreck der Baustelle vertragen sich nicht immer mit den feinen Sensoren. Die Steuerung hatte sich verstellt, die Männer haben wieder alles im Griff. Da muss ja eine gerade Kante werden. Da kommen die Walzenfahrer, die müssen das andrücken. Da muss er reinfahren, da muss er wieder rausfahren. Und das sieht ja nicht schön aus. Wenn man eine gerade Linie hat, dann sieht das schon ordentlich aus. Jetzt geht's ja wieder, jetzt können wir wieder weitermachen. Die Baustelle verschlingt pro Kilometer 5000 Tonnen Asphalt. Ständig bringen Lastwagen Nachschub. Roland! Der Schild da war, du! Fast wäre der Lkw gegen das Schild gekracht. Weil da vorne ein Schild ist, der Lkw muss ankippen. Da können wir jetzt nicht weiterfahren. Schon wieder ein Stopp und jede Minute kostet richtig Geld. Ein paar Kilometer weiter Richtung Dortmund. Vorsicht Männer, guck hier! Polier-Jörg kontrolliert den Bau des Seitenstreifens. Scheiße, jetzt kommen die Autos auch schon. Oh Mann, jetzt geht's aber richtig. Die Lkw waren erst nachmittags eingeplant. Jörg hat ein neues Problem. Wohin mit dem Kies? Weil das alles auf einmal hier steht. Scheiße, oh Mann, Mann, Mann. Da muss ich vielleicht noch einen Boden austauschen machen. Dann muss ich mir wieder anderen Boden hervon. Dann setze ich den ganzen Scheiß noch einmal um. Ich würde natürlich kurze Wege haben. Und ich muss ja schnell gehen. Und wenn ich jetzt habe ich mein ganzes Material erlagern, muss aber alles den anderen Boden wieder ran. Dann komme ich da nicht mehr ran. Jetzt muss ich mir den kürzesten Weg schnell ausdenken, damit das für mich am besten und am sinnvollsten ist. Wir machen folgendes. Wie viele Autos kommen? Fünf Stück, die Donner ich so schnell weg. Arschlecken. Der Chef muss improvisieren. Der Kies kommt erst mal auf die Straße und muss später verbaut werden. Komm her, ich bleib hier stehen. Kack, kack, kack. Fünf die fünf Stück, die hau ich mir denn schon weg. Die Autobahnbaustelle liegt genau zwischen Hannover und Leerte. Die A2 gilt als die wichtigste Ost-West-Verbindung in Deutschland. Täglich sind hier 100.000 Fahrzeuge unterwegs. Noch immer stoppt das Schild die Asphaltmaschine. Der Lkw ist noch nicht vorbei. Vor, vor. Anhalten, halt. Passt da durch. Und die Hand runter ist leer. Ist alles roh hin. Na ja, geht doch. Selbst bei solchen Manövern muss der Lkw weiter Asphalt abladen. Sonst wäre René's Maschine leergelaufen. Der Straßenfertiger bleibt immer in Betrieb. Komme, was wolle. So, René. Hast du wieder Fischbrötchen bei dir zum Mittag? Nein, nur eine Fischbüchse. Ach so. Na ja, was für ein Fisch? Tomate. Schön, Tomaten-Creme-Fisch. Das ist ja lecker. Das ist aber nichts von ab. Es ist 12 Uhr mittags. Doch Zeit für eine ruhige Pause bleibt René nicht. Wenn wir Mittagspause machen würden, dann würde ja die Maschine stehen. Lkw stehen alle, Mischwerk steht. Kostet alles Zeit und Geld. Und das haben wir heutzutage nicht mehr. Zehn Stunden Asphalt einbauen. Am Ende jeden Tages muss die Fertigermaschine gereinigt werden. Was ist denn? Ich bin noch nicht fertig. Das ist ein Extremverträg. Na ja, René, hilf dich doch ein bisschen mit. Was hältst du davon? Das ist ja auch eine gute Idee. Na ja, komm mal, machen wir beide zusammen. Trocknet der warme Asphalt, verklebt die Maschine. Dann geht morgen gar nichts. Ist voll es eine scheiß Arbeit. Aber nützt ja nichts. Muss ja sauber gemacht werden. Verdreckt ist er ganz schön jetzt hier im Moment bei dem Einbau hier. Da muss man halt nur so zusehen, dass man die sauber kriegt. Halbwegs erst mal, sag ich. Morgen wollen wir ja Decke fahren. Ja, da muss ja einigermaßen sauber sein. Ist ein bisschen anstrengend. Stehen halt schon die Schweißperne auf dem Stirn. Pass mal auf, hier mit den scheiß Lkw-Fahrern. Ja, die fahren ja ganz schön schnell, ja. Eigentlich 60. Aber hält sie keiner rein. Interessiert ja heutzutage kein mehr. Ja, gefährlich ist das so. Man muss selber zu gucken, die Lkw ist hier. Da hinten steht 60 und die fahren hier wenigstens mit 65, 70 hier lang. Lkw ist genauso, da muss man aufpassen. Bisschen abrutschen, zack, nach hinten fallen. Könnte schon gefährlich werden. Ja, Hufbahn-Freise. Ja. Ja, ich muss mal die Welt hier aufpassen. Gut, ja? Na, lass uns runterfahren. Ja, lass uns los. Feierabend für René und Bastian. Seit zwei Jahren sind die beiden ein Team. Mit ihrer Asphaltmaschine sind sie in ganz Deutschland unterwegs. Immer dort, wo sie gerade gebraucht werden. Ich war Freitag bei Lutz, René. Kennst du Louis? Ja. Der hat sich eine Harley geholt. Ja. Die haben wir begossen. Guck ein, siehst du. Ja. Ja, da sind wir schon zu alt für. Bist du ja schon Opa? Ja, bin ja schon Opa, das ist richtig. Der Kleine wartet auch wieder Wochenende. Die Familie sieht René nur samstags und sonntags. Der 48-Jährige lebt in Sachsen-Anhalt, in Stendal. Wenn man jetzt Geld verdienen will, bei uns zu Hause ist nix, also muss man auswärts gehen. So, das ist schon. Es gibt doch viele Feiern, die ich versäumt habe. Manchmal ist das schon. Da sagt man, ach, na ja, würde doch gerne jetzt zu Hause sein und da mitfeiern oder bei einer Frau sein. Man grübelt nicht, aber man sagt, nicht das wird scheiße, sondern na ja. 45 Minuten fahren die Asphaltierer täglich in ihr Quartier. So, Feierabend. Endlich zu Hause, oder Roland? Auf einem Bauhof nahe Braunschweig verbringen René und Bastian die Woche. Übernachtet wird im Wohnwagen. Basti? Jo. Kommst du mit abwaschen? Jetzt schon. Ja, jetzt schon. Na, wann denn? Herr Frühevogel fängt den Wurm. Komm. Frühevogel kann mich wachen. Seit 30 Jahren macht René nun schon den Job des Asphaltfahrers. Als er anfing, kam Bastian gerade auf die Welt. Wie kriegst du die Tassen so dreckig? Wieso? Na, ganz drauf, fährt ihr auf der Maschine? Wirst doch selber, wie das ist. Das ist halt mal so. Lagerkoller gibt es selten. Die Männer haben nur sich und ihre Baustelle. Man wartet schon drauf, dass man nach Hause kann. Wir haben schon mal Zeiten gehabt, da waren wir 14 Tage oder drei Wochen gar nicht zu Hause. Und dann nach Hause kommen ist das schön. Und wenn dann die Frau zu Hause wartet, mit Essen und allem drum und dran, dann ist das schon in Ordnung. Dann macht das schon Spaß. Dann kann man auch wieder mit Freude losfahren in der nächsten Woche. Am Autobahnkreuz Hannover-Ost stehen die Container der Bauleitung. Polier Jörg hat heute Nachtschicht. Der 48-Jährige kommt aus Leerte. Da die Baustelle nahe ist, kann er zu Hause wohnen. Das gibt es selten in seinem Job. Endspurt. Jörg plant die letzten Wochen der Baustelle. Er will unbedingt pünktlich fertig werden. In so einer Autobahn brauche ich vernünftige Leute, weil wir ja unter Zeitdruck stehen. Und dann will ich natürlich auch möglichst die guten Leute haben, die ein bisschen mehr schaffen. Sagen wir mal lieber so. Als wenn ich welche habe, die nicht ganz... Die Durchschnitt sind, sagen wir mal lieber so. Oder die nicht ganz so gut sind. Die gibt es auch. Fast sechs Millionen Euro kosten allein Jörgs Baustellenabschnitte. Er trägt die Verantwortung. Hier ist Ruhe. Hier ist deine himmlische Ruhe. Außer du machst jetzt das Fenster auf, dann hast du da auch ein bisschen Verkehr. Aber das ist natürlich nicht so wie unten auf der Bahn. Unten kannst du ja gar nicht nachdenken. Das ist ja viel zu laut. Da siehst du ja nur die Arbeit. Wenn du einmal durchfährst, überall wo gearbeitet hast, musst du ja anhalten. Da wirst angehalten. Da brauche ich ja zum Teil eine Stunde, um für drei Kilometer zu fahren. Weil ich ja überall eine schnelle Entscheidung mal treffen muss oder sowas, wenn was ist. Und hier oben ist natürlich Ruhe. Und unten auf der A2 Richtung Dortmund rattert die Fräse. Bevor neuer Asphalt auf die Straße kommt, muss der alte erstmal weg. 200 Tonnen schafft die Fräse in der Stunde. Sechs Minuten, dann ist ein Lkw voll. Inzwischen ist auch Jörg wieder auf der Bahn. Eigentlich laufen die Arbeiten heute, doch irgendetwas stimmt mal wieder nicht. Ja, genau, reicht. Er hat Tiefer jetzt gemacht. Kontrollieren wir gleich nochmal. Er macht jetzt 14,5. Wir müssen kontrollieren, wenn ich mich immer wieder hochziehe. Die Tiefe stimmt nicht. Die Fräse schafft zu wenig alten Asphalt weg. Bleibt es so, müssen die Männer nachbessern. Guck mal, ich hab hier einen Stein, ich hab einen 32er Kurs. Wenn ich da raufhalte, bin ich automatisch schon wieder 2, 3 Zentimeter, also 2, 3, bin ich sogar 4 Millimeter höher. Also im Großen und Ganzen passt das jetzt aber besser als vorher. Den alten Straßenbelag beliebig wegfräsen, das geht nicht. Wir müssen nachher die gleiche Schichtdicke wieder einbauen. Und wenn wir nicht diese 14 Zentimeter einhalten, dann kriegen wir Abzüge, starke finanzielle Abzüge, weil wir die Schichtdicke nicht eingehalten haben. Und deswegen kontrollieren wir und passen immer drauf, weil wir möglichst genau diese vorgegebene 14 Zentimeter fräsen. Weil je Millimeter weniger, die wir nachher einbauen, haben wir Abzüge, also es geht um viel Geld. Deswegen immer möglichst genau arbeiten, sehr genau. Millimeterarbeit auf der Autobahn, die Tausende Euro kosten kann. Ja, 100.000 Euro. 100.000 Euro. Kommt so ungefähr hin, wenn du jetzt viel zu wenig einbaust an Asphalt. Deswegen muss man leider sehr, sehr genau arbeiten. Es geht um wirklich viel Geld, sehr, sehr viel Geld. Und deswegen läuft immer einer mit und kontrolliert. Es wird Nacht auf der Autobahnbaustelle zwischen Hannover und Leerte. Damit zu den Sommerferien der Verkehr wieder fließt, wird rund um die Uhr geschuftet. Sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag. Die Nächte sind für Polierjagd besonders anstrengend. Erstmal siehst du zu wenig. Zweitens ist die Gefahr eigentlich noch größer, weil die Autofahrer dich auch nicht sehen, die jetzt hier bei uns an der Baustelle vorbeifahren. Du siehst total beschissen jetzt. Und da musste man daran denken, die Autofahrer, die sehen uns auch nicht. Wenn die sich mal verfahren, bist du weg von der Platte. Keine Chance. Die Nachtschicht arbeitet zwölf Stunden. Bis sechs Uhr früh wird gefräst. Dann wechselt die Schicht. Aber wenn sie so weiterläuft, seid ihr richtig gut durch heute Nacht. Wenn ihr jetzt so weiterfahrt mit den Massen, die wir jetzt im Moment wegballern, dann seid ihr richtig gut, richtig gut im Rennen. Die LKWs kommen jetzt auch. Da brauchen wir nämlich auch keine Nachtschicht machen. Dann machen wir nämlich nur eine Nachtschicht. Witzig. Ich merke nur, dass die LKWs aber richtig gut fahren. Das läuft echt besser in der Nacht. Also eigentlich läuft das von der LKWs, dass auch keiner gewesen wäre. Aber am Tag ist immer beschissener, weil der Verkehr viel mehr ist. Das ist jetzt echt bombig. Sonst läuft. Läuft wunderbar. Zur Not, ich hab mein Handy an. Wenn das aber normal. Ich rufe in der Nacht mal an, ob du schließt. Mit was? Ich rufe in der Nacht mal an, ob du schläfst. Ich kann das Telefon dir mal nach vorne holen. Den krieg ich gleich weiter. Endlich mal gute Nachrichten auf der Baustelle. Den Zeitverzug der letzten Tage werden die Arbeiter nachts aufholen. Es ist 4 Uhr am Morgen. Andernorts heißt es aufstehen. Was ist denn hier los jetzt? Kein Licht. Das ist nicht so gut. Stehen wir jetzt in Dusan hier heute Morgen. Au, au. Die gesamte Unterkunft der Asphaltkolonne ist dunkel. Licht anmachen im Auto. Es werde Licht. Als Asphaltierer René gestern um 10 Uhr schlafen ging, war noch alles in Ordnung. Hier ist irgendwie uns das Licht abhanden gekommen. Gestern Abend war Gewitter hier. Regen, Dolle. Eingeschlagen oder irgendwas. Wir müssen das mal gucken. Trotzdem müssen wir jetzt die Zähne putzen, ein bisschen waschen. Wir müssen jetzt zur Arbeit. Wir wollen ja Asphalt einbauen. Also. Roland, Basti. Jo. Habt ihr auch kein Licht? Ne. Und du? Alles aus. Aber nützt ja nix. Moin. Moin. Scheißladen. Na, sagt das nicht so weit? Ja, ist wirklich wahr hier. Was wollen wir jetzt machen? Zähne putzen? Ja. Ja. Hast du? Ja, Zähne putzen. Auf geht's. Wir müssen zur Arbeit. Geduscht wird bei den Männern abends. Morgens ist die Zeit zu knapp. Eine schnelle Katzenwäsche muss reichen. Na, die paar Falten noch weg machen hier. So, siehst du wohl. Und das auch fertig. Das ist ein bisschen abenteuer. Und vor allen Dingen, wie ihr siehst, heute Morgen ohne Strom muss man sich doch ein bisschen helfen. Und mal wieder verlorene Zeit aufholen. Das ist mein Juni. Hihihi. Die A2 am Kreuz Hannover Ost. Die Asphaltiermaschine ist die ganze Nacht durchgefahren. Es wird eng bis zum Fertigungstermin. Olaf, musst du den Radlader nehmen? Ja. Lass mit die Augen runter, holst du den Radlader an. Ja, ja. Basti, wir bauen an. Wir bauen an. Na, dann los geht's. Trotz Zeitnot, um eine kleine Wartung kommen die Asphaltierer nicht rum. Bei dem Auto guckt man einmal die Woche, sag ich mal. Oder einmal die Woche, so Blödsinn. Bisschen länger, aber hier bei der Maschine, muss ich jeden Morgen kontrollieren. Wenn ich das nicht mache, wie gesagt, ist kein Fett mehr drinnen nachher, dann geht da hinten alles kaputt. Dann schmiert die nicht mehr, dann werden die Lager heiß und dann gibt's einen Knall und dann war's das. Für den Rundum-Check brauchen René und Bastian eine Stunde. Die Hydraulik funktioniert, die Wellen sind geschmiert, die Asphaltmaschine ist einsatzbereit. Und endlich kann es losgehen. Doch schon kommt wieder etwas dazwischen. Das ist so lebensmöde, an der Seite zu stehen. Das ist gefährlich, ja, sehr gefährlich da. Wenn da einer nicht richtig aufpassen tut, dann ruckzuck, kommt es zum schweren Verkehrsunfall. Der hat Panne. Ja, aber das ist das, was passiert mit dem Unfall. Ja, ja. Wenn die noch was sind. Und da noch zwei Mädels. Keine Mannes, kein Dreieck, nichts. Gar nicht hingucken. Nee. Das macht ich Angst und Bange. Die Arbeiter dürfen nicht über die Autobahn laufen, das wäre viel zu gefährlich. Zum Glück ist der Liegenbleiber nach nur wenigen Minuten weg. Jetzt können René und Bastian loslegen. Wir bauen mal einen heute, 3000? Ja, mindestens. Da haben wir noch ein Stück vor uns. Wenn alles glatt läuft, schaffen René und Bastian drei Kilometer und haben wieder aufgeholt. Ein großer Teil der Autobahn ist inzwischen neu asphaltiert. Polia Jörg ist schon wieder am nächsten Baustellenabschnitt. In der Nacht sollte die Verkehrsführung geändert werden, doch passiert ist nichts. Aber da sind sie doch alle, Mann. Da können wir doch jetzt mal nachfragen. Der Chef ist auch da. Nee, ist er doch nicht mehr. Das sind nur die anderen Pflegefälle hier. Moin, Männer. Moin. Sag mal, arbeitet ihr? Habt ihr gestern Nacht gearbeitet? Nein. Gestern Nacht? Nee. Wir ja zumindest nicht. Dann wird er ja weiter gewesen. Die Arbeiter sollten die Baustelle längst abgesichert haben. In zwei Tagen will Jörg hier die nächsten Kilometer abfräsen und asphaltieren. Jetzt droht der Zeitplan schon wieder zu kippen. Wir haben Ablaufplan, die haben wir auch mit dem Amt abgegeben. Und jeder Tag setzt sich ja vor, nach hinten hin. Also muss das versuchen, muss alles passieren. Irgendwo. Weil du bestellst dir auch eine Asphaltfräse vor und so weiter. Das hackt das ja alles ein. Ich kann ja jetzt am Freitag nicht mehr anrufen, sag ich, pass mal auf, ich kriege das bis Montag nicht fertig. Pack die Fräse mal woanders. Dann sagt er, hast du eine in der Pfanne oder was? Kannst du das nicht vorher wissen? Du kannst heutzutage keine großen Puffer mehr einrechnen, leider nicht mehr, weil die Termine noch so eng sind. Die Schutzwände trennen die Fahrbahnen voneinander. Der Aufbau dauert seine Zeit. Und die Autos fahren nicht langsamer. Die fahren auch jetzt hier dran vorbei, die wissen gar nicht, was hier steht. Denken die, dieser Idiot, was machen die denn da? Da kannst du gegenfahren, die verrutschen nicht so schnell. Dass die nicht auf die andere Seite der Fahrbahn kommen. Sonst hast du ja sofort, die fahren so, gehen dann nachher. Und jetzt kommt irgendwo ein Unfall, dann rutscht er erstmal gegen die Stahlland. Gegen, sonst würde er sofort drüben im Verkehr, im Gegenverkehr sein und dann... Dann gibt es Schwerverletzte oder Tote. Wie weit kommt ihr heute? Ja, zwei Kilometer ungefähr. Zwei Kilometer, ich bin hier bei zehn, elf, zwölf, zwölf, vierundertsechzig. Der ist aber bei zehn, vierundertsechzig. Seid ihr Samstag auch am Arbeiten? Ja. Wir wollen versuchen, Sonnabend weg zu sein. Das ist sehr schön. Also habe ich montagfrei gebannt, was Previls versprochen hatte. Ja, genau. Ja, gute Leute. Spitzenfach, Spitzenfirmen habe ich ja nur hier. Wunderbar, super, 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 super. Dann kriegen wir das alles fest. Auf seine Leute kann sich Polier Jörg verlassen. Geht weiter alles glatt, läuft der Verkehr zwischen Hannover und Leerte bald achtspurig. So wie geplant. Trotz Stress und Stau im Straßenbau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017